Wenn wir alles mit Regeln regeln, dann hätte man für Deutschland eine Regelung, hätte keine regellose Regelung und die Länder, die das nicht regeln wollen, die haben dann die Bundesregelung und die Länder, die das regeln wollen, können dann das für sich regeln. In der Regel, große Politik und im Radio, dreiste Musik, Fritz.